Jo, bin bereit. Auf geht's! Ein bisschen mehr abschneiden, sonst sehe ich nicht was da kommt. Upsi, das war der Baum. Das röckelt das Harz hier ein bisschen mit dem Grip. Das heubert ganz schön, meine Güte. Geil, geil. Das ist auch wahrscheinlich... Ja, ich habe das im Video gesehen, das ist nicht so groß. Eine halbe Meter auch. Und dann stand auch eine halbe Meter. Ah, ich sehe dich schon von hier oben. Nach der Hütte. Dann ist ein bisschen Stahl. Mit Steinen. Ja. Und dann fahren wir jetzt. Ja, rollen wir einfach mal durch. Huch! Okay. Jawoll! Das geht doch super! Das geht doch super! Ohohohoho! Ja, schön! Danke, schön! das war nix du warst ein bisschen zu fix für mich aber ich habe die eine kurve auch verkackt ja ich habe das letzte woche gemacht das war auch schwierig mit den sonnenflecken nicht so gut zu sehen neben der einkurve ist das hinterrad mal so weggesprungen kurz da hatte ich kein speed für diesen sprung über den stein der sprung davor mache ich ganz auf ja schön nach links rüber ziehen ja und ich habe den vorher den sprung schon nicht gut getroffen da war die kurve scheiße dann habe ich den speed nicht gehabt ok weiter das war gar nicht so schlecht so 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 Oh Gott, das hat mich gescheppert. Ja, nach dir. Oh, das ist dicht hier. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Blindflug. Jawohl. Oh Gott. Oh Gott. Hinterrad Bandert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, da haben wir einen kurzen Newsmoment gehabt. Kurz vor dem Schluss. Da hat so eine Wurzel kurz mein Fahrrad gefangen. Oh Gott. 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 Ein bisschen krumme Lines zusammengefahren gerade. Ich bin hier ein bisschen nah dran vielleicht. Oho! ewig nicht gefahren das ding wohohohoho oh, ein bisschen staubig noch haha die ist ein 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 ein